Zu meinem Job gehört, die Menschen von ihrer schlechtesten Seite zu sehen. Und darin bin ich hervorragend. Detektivin? Ich verdiene eben mein Geld damit. Schnaps ist nicht billig. Normalerweise. Jessica Jones. Ich habe dich gesehen. Was meinst du? Kannst du eine Wand zertrümmern? Ein Auto anhalten? Wenn es langsam fährt? So wie ich das sehe. Den Helden zu spielen macht sich zu einer Zielscheibe. So lief das bei mir auch. Was, wenn da draußen jemand ist? Und seine Fähigkeit ist, Menschen zu zwingen, zu tun, was er will. Jess. Jessica! Du meinst die Gedankenkontrolle? Du hast keine Ahnung, was ich getan habe. Wozu er mich gezwungen hat. Jess, jetzt ist er nicht hier. Aber er ist immer hier. Ja? Sie möchten mich hereinbitten. Aber gern. Kilgrave hinterlässt eine Spur aus gebrochenen Menschen. Ich musste für ihn springen. Stundenlang, so hoch ich nur konnte. Er sagte, ich war nie so gut wie du. Er ist wieder da. Er will nur mich. Wann fangen wir an? Jetzt. Ich bin der einzige, der dir gewachsen ist. Wir gehören zusammen. Oh mein Gott. Gott hat das nicht getan. Sondern der Teufel. Und ich werde ihn finden. Komm schon, Jessica. Spiel jetzt nicht die Heldin vor mir. Ich werde ihn mir imiscalen Menschen. Ich bin der Teufel. Ich bin der Teufel. So wait. Untertitelung des ZDF, 2020